Nimm deine Maske ab und danach will ich dich nie wieder auf YouTube sehen und du bist kein Hater mehr. Oh mein Gott Leute, es gibt wieder Neuigkeiten von meinem Hater. Ich habe nämlich durch euch rausgefunden, dass dieser Hater auch schon mal Lumix gehatet hat. Und dann hatte ich eine Idee, ich werde nämlich gegen den Hater jetzt drei Runden spielen. Und wenn er diese drei Runden verliert, muss er sich endlich mal zeigen und von YouTube verschwinden. Aber natürlich mache ich das nicht ganz normal. Ihr könnt schon sehen, hier in der Lobby, ich habe den geheimen Lumix-Skin am Start. Und auch Lumix ist mein Name hier in StumbleGuys. Und ich werde einfach so tun, als wäre Lumix heimlich auch in unserer Runde. Ich hoffe, das Ganze fliegt nicht auf und ich bin echt gespannt, wie er reagieren wird, wenn Lumix in unserer gemeinsamen Runde ist. Lasst auf ihren Like da unten ab und ich bin echt gespannt auf seine Reaktion. Und ich hoffe natürlich, dass es nicht komplett eskaliert. Let's go! So, Leute, ich bin jetzt mit dem Hater auf Discord. Ich bin gerade gemutet und ich muss jetzt irgendwie ihn davon überzeugen, dass er mit mir zockt, ohne dass er rausfindet, dass ich diesen Skin habe und ich Lumix heiße. Mal gucken, Leute, ich werde mich jetzt entmuten. Hallo, hallo, bist du da? Junge, was willst du von mir, Digga? Jo, 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 chill, chill, chill. Irgendwie habe ich rausgefunden, kann es sein, dass du auch der Lumix-Hater bist? Junge, ich bin der Lumix-Hater und der Flakes-Hater, Digga. Was wollt ihr denn von mir, Mann? Ich habe schon wieder die Schnauze voll. Ich bin wieder auf 180. Ja, okay, okay, okay. Chill, chill, Bro. Ich habe eine Challenge für dich. Hast du Bock, mit mir drei Runden zu zocken um 1000 Euro? 1000 Euro, 1000 Euro. Ich werde reich, du Noob. Ja, klar, Digga, komm. Ja, okay, dann gehen wir direkt mal in die erste Runde und schauen mal, was passiert, okay? Okay, let's go. Okay, Leute, ihr könnt schon sehen, er ist direkt neben mir am Start und zieht euch meinen Namen rein und meinen Skin. Es hat geklappt, ohne dass ihr gemerkt habt, dass ich das bin. Er hat gar nicht drauf geachtet in der Gruppe gerade. Ich bin echt gespannt, wie er darauf reagiert. Ich muss mich jetzt direkt entmuten, sonst checkt er das, Leute. Jo, 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 bist du da? Bist du da? Hier, erste Runde, wo bist du? Digga, Junge, was stummst du dich her? Hast du wieder irgendwas vor, Alter? Digga, ich bin ganz vorne, ich bin fast Zweiter, Digga, ich bin der erste Stubbelgeist-Profi, Digga. Ey, was redest du da? Ich bin der Fuchs hinter dir, siehst du mich? Dreh dich mal um, ich bin der Fuchs. Oh nein, ich bin gerade runtergeflogen, ich bin gerade runtergeflogen. Du bist der Fuchs, Alter. Digga, hä? Das ist, Junge, das ist so ein Typ mit dem Schuh im Mord. Und der, Digga, hä, der sieht so komisch aus, hat einen ganz anderen Skin. Was meinst du, welchen Skin meinst du denn? Ich bin, ich bin der Fuchs da. Also, hä? Digga! Was ist los, was ist los, was passiert da gerade? Mit mir ist irgend so ein Typ, der heißt, keine Ahnung, Digga, Lumex 2-3. Hä? Und was, wie, Lumex, was redest du da? Hä? Und was wird es gehen? Digga, wo bist du, Digga? Willst du mich vorobst nehmen, Digga? Ich bin doch schon im Ziel, ich bin der Fuchs, habe ich dir doch gesagt. Achso, hä, aber irgend so ein Lumex ist drin. Ich glaube, das ist so ein Lumex-Fambo oder das ist Lumex, Digga, der botzt mich die ganze Zeit, Digga! Ja, jetzt renn doch einfach mal ins Ziel. Das war richtig knapp, ich bin wieder gemutet. Okay, er ahnt nicht, dass ich es bin, Alter, er checkt halt einfach gar nichts, er denkt, ich bin so ein Fuchs oder so. Okay, es klappt alles nach Plan, Leute, und ich werde ihn komplett zum Eskalieren bringen, Alter. Er denkt halt wirklich, ich bin Lumex, oh mein Gott, let's go. Oh, lock dich! Ja, streng dich jetzt mal an, guck mal, ich bin doch direkt neben dir. Der Fuchs, oh. Der Fuchs, du bist so kacke. Hä? Aber warte mal, ist das, was macht dieser Lumex da hinten? Digga, es ist irgend so ein Typ drin, Digga, der ist Lumex, Digga. Hey, warte, 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 was ist, wenn Lumex in unserer Runde ist? Der hat auch diesen Skin von Lumex, den kann doch nur Lumex haben. Ich sehe es, Mann, hä? Hä? Wie kann das sein? Ich habe schon wieder gar keinen Bock mehr auf das Game. Der versucht mich die ganze Zeit zu boxen und mit dem Schuhemode, Alter. Hey, warte mal, kann es sein, dass Lumex bei uns drin ist, zufällig, weil du den hatest oder so? Der hat vielleicht mitbekommen, dass wir zocken, vielleicht das hier. Was hast du dir davor? Es geht um 1.000 Euro, Mann. Hä? Aber, warte mal, kann es sein, nur Lumex kann doch den Skin haben, oder nicht? Ja, nur Lumex kann den Skin haben, aber wie kannst du den haben? Ich bin mit dem, hä? Ich bin weiter. Ey, er ist auch weiter, Digga. Was? Ich werde den zu holen, Digga. Die kackt, Lumex, Alter. Ey, nein, ich bin draußen. Ich bin draußen. Ihr seid nur noch zu dritt. Okay, du musst gegen Lumex unbedingt gewinnen. Du bist so kacke. Weißt du, dass eigentlich es geht um 1.000 Euro? Laser Tracer im Finale. Du wirst jetzt verkacken, du Noob, Alter. Okay, Leute, ich bin wieder gemutet. Er denkt halt wirklich, dass ich draußen bin. Aber ich werde ihn jetzt so hopsen. Er darf natürlich nicht gewinnen. Lumex muss gewinnen. Ich bin ja anscheinend Lumex, Leute. Oh mein Gott, das wird so nice. Es klappt einfach alles nach Plan. Ja, jetzt streng dich doch hier mal an. Streng dich doch mal an. Digga, Juge. Ich spiele gegen Lumex im Finale, Alter. Ich kann den nicht angucken. Der sieht so scheiße aus, Digga. Hinten sein Rücken steht 23 Jahre alt, Digga. Ja, er ist wenigstens älter als du, Alter. Er ist 23. 23, checkst du das? Du bist jetzt mit ihm im Finale. Ich schaue euch gerade zu, was ihr da macht. Digga, Juge, ich werde die 1.000 Euro gewinnen, Digga. Der Kack, Lumex, Digga. Der Flay hier, Digga. Ich bin der Flay, so ein Lumex-Hater, Alter. Ich werde die Hunde gewinnen. Warte mal. Chill doch mal. Wen hatest du eigentlich mehr? Mich oder Lumex, ha? Sei mal ehrlich. Digga, ich hate dich mehr, Alter. Du kleiner Pub, Alter. Weil du gehst mir auf den Sack, Digga. Ja, jetzt, du musst halt gegen Lumex gewinnen. So ist es, ne? Ja, ich muss gegen Lumex gewinnen. Digga, komm schon. Es ist so schwer, Digga. Ey, ich muss gewinnen, Mann. Ey, der botzt mich. Nein, ich glaube, ich schaffe es nicht mehr. Es wird zu schwer. Oh mein Gott. Komm schon, komm schon. Er ist so gut, Digga. Was? Ja, Lumex ist auch so gut in StumbleGuys. Du weißt, er macht nur StumbleGuys-Content. Hey, wie kann das sein, dass der so gut ist, Mann? Ich hasse den über alles. Ich werde den reporten. Ich werde gegen dich gewinnen. Du bist kein Gegner gegen mich, Lumex, Digga. Wer denkst du, wer du bist, Alter? Nein. Hä? Was ist passiert? Hast du gewonnen? Ich hab gewonnen gegen den Lumex. Gegen den Lumex und gegen dich, Digga. Ja, Mann. Oh nein, Leute. Es ist richtig schief gelaufen. Er hat einfach in der letzten Sekunde gewonnen. Okay, Leute. Es gibt aber noch zwei Runden. Wenn ich die nächsten zwei Runden gewinne, dann habe ich mehr Punkte als er. Und dann muss er seine Maske abnehmen. Ich muss einfach noch weiter in meiner Rolle bleiben. Er denkt halt wirklich, ich bin Lumex. Okay, okay, Leute. Es läuft alles nach Plan, Leute. Es kann noch gut laufen. Okay, Leute. Ich muss es jetzt irgendwie schaffen, zwei Runden hintereinander zu gewinnen. Sonst eskaliert es hier komplett. Ich werde jetzt einfach so tun, als wäre ich dieser Dino-Skin. Okay, Leute. Ich muss mich entmuten. Jetzt zeig mir mal, was du drauf hast, Alter. Klar hast du gerade gewonnen, aber es hat bei mir gelaggt. Weißt du? Digga, was laberst du, Alter? Junge, du bist kacke, Digga. 1.000 Euro, Junge. Ich werde gewinnen, Alter. Hör auf mit deinen Ausreden. Jeder weiß, du bist kacke, Alter. Ich bin doch direkt hinter dir, Mann. Ich bin direkt hinter dir, dieser Dino-Skin. Dann siehst du den Dino-Skin? Digga, der Dino-Skin. Junge, du bist so weit hinten, Digga. Du verkackst. Ey, warte mal. Bei dir ist irgendwie wieder dieser Lumix-Skin. Kann das sein? Ich sehe das von da hinten. Ich sehe das. Hä? Warum ist der wieder drin? Und er boxt mich die ganze Zeit, Digga. Ey, der ist ja richtig korrekt, Digga. Hä? Lumix ist, glaube ich, in unserer Runde drin. Wie schafft ihr das? Hä? Digga, das kann nicht sein, Alter. Junge, irgendwas stimmt hier nicht. Digga, der boxt dich die ganze Zeit, Digga. Wenn du mich hast, Lumix, wenn du mich hörst, hör auf mit der Kacke, sonst werde ich deine Nummer veröffentlichen, deine Adresse, deine IP-Adresse, ich habe alles von dir. Oh mein Gott, Leute. Es geht, glaube ich, in die falsche Richtung. Jetzt will er wirklich von Lumix irgendwas veröffentlichen. Er denkt wirklich, dass Lumix bei uns ist. Oh nein, 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 nein. Okay, es geht richtig nach hinten los, Leute. Wir müssen... Ah, da ist der Dino. Okay, okay. Ich bin jetzt im Ziel. Ich bin im Ziel. Ja. Ich habe gewonnen. Let's go. Du hast es geschafft, also. Ja, wie das Lucifer. Hat sich... Warte, Lumix hat sich auch qualifiziert, oder? Ja, Digga, er hat sich auch qualifiziert, Alter. Das kann nicht sein, Alter. Ich habe wieder keinen Bock. Wer ist der, Digga? Wer ist er, wer? Denk, er will mich verarschen oder so. Ich werde gleich seine Nummer veröffentlichen, wenn er die Runde gegen mich nochmal gewinnt, dann werde ich seine Nummer veröffentlichen, seine Adresse, Alter. Hä, aber warum bist du so mies? Was bringt es dir zu haten? Ich checke es immer noch nicht. Kannst du nicht einfach aufhören zu haten, bitte? Nein, du gehst mir auf den Sack. Du willst immer um Geld spielen und dann verarschst du mich irgendwie mit Hacks oder irgendwas. Was weiß ich, wie du mich verarschen sollst. Ich weiß gar nicht, warum du so akkro bist. Du liegst doch 1.0 vorne, Mann. Die 1.000 Euro sind gerade auf deiner Seite. Und ich schaffe es hier nicht, um die Kurve zu kommen. Ich bin noch da hinten, Alter. Dieser Dinoskin ist richtig hässlich. Okay, ich bin Dritter. Vor mir ist Lumix. Vor mir ist Lumix. Ich komme... Warum heißt du Karol, Digga? Digga, warum heißt du Karol, du Lug... Ja, ich habe mich vertippt, deswegen. Ich fliege runter. Ich fliege runter. Hä? Lumix ist Erster. Hä? Junge, wie kann das sein? Mann, ich habe keinen Bock mehr. Hä? Gegen Lumix. Warum ist der Erster? Hä? Er wartet auf dich. Er wartet auf dich vorne. Ey, ich werde so seine Nummer veröffentlichen, Digga. Er drollt nicht ganz mit den Boxermodes, Alter. Oh nein, ich schaffe es nicht ins Ziel. Du bist, glaube ich, wieder alleine mit Lumix im Finale. Ja. Hä? Ich bin jetzt ins Ziel reingegangen, Junge. Und jetzt ist es Finale. Und mal schauen, ob ich das Finale gewinne. Nein. Schaffst du es? Ich schaffe es nicht ins Ziel. Ich schaffe es nicht. Er schafft es wirklich nicht. Er ist so schlecht. Er ist so schlecht, Digga. Du bist schon wieder raus. 1.000 Euro auf meinen Nacken, Digga. Let's go. Zweite Runde habe ich wieder gewonnen. Wenn ich jetzt gewinne, 1.000 Euro gibst du mir sofort her. Sonst veröffentliche ich auch deine Nummer, deine Adresse wieder. Leute, Leute. Er denkt halt wirklich, ich bin rausgeflogen. Aber ich werde jetzt als Lumix direkt ins Ziel rennen. Oh mein Gott. Er denkt, ich bin draußen. Guckt mal, Leute. Ich bin eigentlich draußen, aber eigentlich drin. Okay. Komm. Zeig, was du drauf hast. Los, los, los. Lumix ist nicht neben dir. Ich schaue dir zu. Oh. Was hat er getan? Nein, er ist Führer. Er ist in Führung. Er führt. Er führt. Es kann nicht sein. Ich muss das Finale gewinnen. Was ist das für ein dreckiges Finale, Alter? Digga, also wenn du gegen Lumix verlierst, Digga, dann steht es 1-1. Okay, okay. Komm. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe voll gemacht. Ich bin Führer. Ey, aber du spielst ja mit Special Emotes. Dein Ernst? Wie los bist du denn? Ich bin der beste Stumblegeist-Spieler. Ich bin der Hater von dir und von Lumix. Und deswegen werde ich gewinnen, weil ihr könnt nichts, Digga. Siehst du? Du kannst gar nichts. Ich gewinne jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, nein. Nein, 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 nein. Es war richtig knapp. Nein, 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 nein. Nein. Es ist richtig knapp gegen die und Lumix. Ich schaue euch gerade zu. Ey, du bist ja richtig lost. Wie lost bist du? Nein, nein, nein. Er heult sogar. Er heult sogar. Nein, 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 nein. Du hast verloren. Nein, 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 nein. Ich habe keinen Bock mehr auf mich, Alter. Er hat schon wieder ein Ziel gekommen, Junge. Siehst du, wie er lächelt, Digga. Und jetzt seine Adresse liegen. Du weißt schon, dass es jetzt 1-1 steht zwischen dir und Lumix. Alter, ich dachte, ich spiele gegen dich, aber du spielst einfach gegen Lumix. Okay, du musst jetzt noch eine Runde gewinnen, beziehungsweise Lumix muss noch eine Runde gewinnen. Und der, der die nächste Runde gewinnt, hat dann 1.000 Euro, beziehungsweise du musst ja eigentlich deine Maske dann abziehen und von YouTube verschwinden, oder? Junge, was? Ja, ja, schon, aber Digga, ich werde eh gewinnen, Alter. Komm. Okay, Jungle Roll ist hier am Start. Willst du wissen, welcher Skin ich bin? Junge, sag doch, wer du bist, Alter. Ich bin dieses grüne Skelett. Kannst du das grüne Skelett sehen? Ich sehe es nicht. Es kommt nicht überfordert. Du bist so kacke, Alter. Ja, wahrscheinlich. Und ich sehe auch gerade, du hast dich umbenannt. Ja, ich habe mich zum Lumix-Hater genannt, weil der mir auch so auf den Sack geht und ich jetzt die Runde gewinne. Ey, Leute, das ist doch nicht sein Ernst. Was mache ich hier gerade? Er hat sich einfach zum Lumix-Hater genannt und er heißt nicht mehr Flakes-Hater, Digga. Es geht alles irgendwie nicht nach Plan. Ich habe keine Ahnung, am Ende hatet der die ganze Zeit Lumix und veröffentlicht auch noch seine Nummer. Okay, ich muss mich entjuden, sonst ist es sehr, sehr auffällig. Er hat gar nicht gecheckt, dass noch der Lumix-Skin im Spiel ist. Ja, und ich schaffe es auch gerade nicht ins Ziel. Ich bin auch übel weit hinten. Nein, ich bin erster. Du bist so schlecht, Alter. Ich sehe dich da hinten. Du verkackst einfach. Wer ist denn bei dir? Hä? Wer ist bei dir? Was ist los? Warum ist schon wieder dieser Lumix-Skin drin? Das kann gar nicht sein. Wie, das kann nicht sein? Digga, er boxt mich. Hä, wie er boxt dich? Was ist los? Das kann doch gar nicht sein, dass Lumix wieder drin ist. Das siehst du nicht. Der ist direkt vor mir. Das ist wieder dieser Lumix-Skin. Lol, ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade. Hä? Was? Was ist der? Als ob der immer noch in unserer Runde ist. Ich weiß nicht, was der von mir will, Alter. Hat er sich qualifiziert? Ich bin nämlich draußen. Ich habe es nicht geschafft. Ich schaffe es, glaube ich, nicht. Warum lachst du? Du schaffst es nicht bei der ersten Runde. Es geht um 1.000 Euro, mein Freund. Ja, aber können wir das mal so machen, dass wenn Lumix jetzt mit dir ins Finale kommen sollte, dass du dann trotzdem deine Maske abnimmst und dich von YouTube entfernst? Du denkst ja, Lumix ist schlecht, ne? Er wird eh nicht gewinnen, Digga, Junge. Ja, okay, dann. Und ich bin jetzt draußen. Dann schaue ich dir mal zu und mal gucken, ob du gegen Lumix gewinnst. Okay, dann let's go mal schauen. Oh, Space Race, Digga. Der ist eh so kattig. Er ist direkt neben dir. Ja, Mann, Digga. Er denkt sich jetzt bestimmt, warum heißt du Lumix-Hater? Der weiß ja von gar nichts. Er weiß doch nicht mal, dass... Hä? Ich check auch gar nicht, warum der in unserer Runde die ganze Zeit ist. Junge, der ist direkt neben mir. Der geht mir so auf den Sack von dieser Skin. Da hinten steht 23 Jahre alt. Junge, der Typ ist bestimmt 13 Jahre alt und sein Scheiß-Skin in der Box ist ganz falsch. Hä, was redest du da? Der ist 23, Mann. Als ob ich dir das nur so sagen würde. Ja, traurig, das Stück Storham, Alter. Junge, ich werde den so KO machen, Digga. Ja, aber du weißt schon, dass er erster ist gerade. Ja, Junge, doch, ist Halbfinale. Er versucht mich die ganze Zeit... Boah, Digga, er ist so schlecht. Er ist hinter mir, Digga. Ja, aber es ist ja noch... Der denkt sich bestimmt, ja, auf gechillt machen, weil das ja eh noch nicht das Finale ist. Junge, er hat dich gebockt. Digga, er hat dich gebockt. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Er ist vor mir, er ist erster. Nee, ich hab's geschafft. Ich hab's gut gerettet, du kleiner Fettscher. Boah, beruhig dich mal, Alter. Was redest du da? Du bist ja ein richtiger Hater. Junge, ich werde aggressiv, Alter. Du weißt schon, dass du deine Maske abnehmen musst und dich von YouTube entfernen musst, aber Lumex ist gerade erster, das weißt du. Junge, das schafft er eh nicht, so wie deine Leute, Digga. Du schaff's auch nicht, Digga. Du bist ein Noob, Altasso, Digga, und der Lumex wird es auch nicht schaffen. So, er ist direkt vor mir. Let's go, ich bin ins Ziel. Jetzt ist das Finale und jetzt werde ich gewinnen. Oh mein Gott, jetzt wird's ja richtig spannend. Also denkst du wirklich, du wirst gewinnen? Junge, ich werde easy gewinnen, Alter. Du bist auch kein Gegner. Leute, ich bin wieder gemutet. Ich werde jetzt so hart reinschwitzen, dass ich dieses Finale gewinne. Und dann sehen wir endlich sein Gesicht, Leute. Und dann ist dieser Hater weg. Ich will Lumex beschützen, ich will mich beschützen. Wir müssen weg mit diesem Hater. Er checkt halt gar nichts, Alter. Und jetzt gehen wir, glaube ich, direkt mal ins Finale. Und mal gucken, was da passiert. Ich hätte so Bock auf Lavaland oder Lasertracer. Das wäre so nice, Leute. Was hättest du jetzt gerne für eine Map? Wo bist du gut? Wo bist du gut? Ja, Honey Drop. Oh nein. Nein. Warum? Oh nein. Ist Lumex in dieser Map gut? Ich glaube schon. Aber ich bin da richtig kacke. Weil ich glaube, ich werde jetzt hier verkacken. Ja, dann zeig doch mal, was du drauf hast. Ich glaube, Lumex ist hier richtig gut in dieser Map, ne? Digga, Lumex ist gar nichts, Alter. Ich werde den so hops nehmen, den Noob, Alter. Ja, wahrscheinlich. Das will ich sehen. Das will ich sehen, Alter. Das will ich sehen, wie du ihn hops nimmst. Oh mein Gott. Der ist der Pfeif. Ich bin fast raus, der Noob. Ja, ich sehe ihn. Er ist fast rausgewogen. Oh nein. Ich hoffe so sehr, dass er gewinnt. Ich hoffe so sehr, dass er gewinnt. Das muss doch sein. Nein, 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 nein Gumex gewonnen? Nein. Oh mein Gott, er hat einfach gewonnen. Nein. Ticker. Äh, du weißt, was das bedeutet? Oh mein Gott, nein. Ich muss mich jetzt zeigen. Du musst dich jetzt zeigen. Nimm deine Maske ab und danach will ich dich nie wieder auf YouTube sehen und du bist kein Hater mehr. Geh weg. Hate bringt gar nichts. Ja, du wirst sehen, Alter. Weil denkst du, wer du bist? Jetzt nimm deine Maske ab. Jetzt zeig dich, worauf warst du eigentlich noch? Mach jetzt. Mach jetzt. Okay, du wolltest es so. Jetzt ist dieser Moment angekommen. Okay. Ja, jetzt, jetzt nimm deine Maske ab. Oh mein Gott. Oh, er tut es. Endlich. Endlich. Ich mach es. Ich einmahne ein Wort. Tschüss. Du nur, Walter. Ich werd dich so reporten. Nein, Leute, er ist weg. Er ist weg. Was hab ich getan? Ich hoffe, Lumex bekommt jetzt keinen Stress oder so. Das kann nicht sein. Er ist einfach offline gegangen. Okay, Leute, ich, ich, ich muss das Video beenden. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Schreibt es mir in die Kommentare, Leute. Bis zum nächsten Mal.